Ah yeah, was hat er gesagt? Armageddon gleich morgen schon am Start Ich zähl nochmal nach, doch ich glaub das bedeutet Im Endeffekt bleibt uns da nur noch heute Keine Panik man, wir bleiben optimistisch Aus dem richtigen Blickwinkel ist sowas witzig Ist es nicht auch ein bisschen sarkastisch? Weil wir mit Absicht seit Jahren so drastisch Daran arbeiten, dass unsere schöne Heimat In wenigen Dekaden einfach endlich im Sack ist Ich raff's nicht, warum tun alle so, als wär alles gut? Unser Müll stapelt sich bis nach Zimbabwe Praktische Sache, das Problem löst sich von selbst auf Da kommt ein Komet und er löscht diese Welt aus Also feier mit uns diesen Untergang Wir drehen dieses Lied auf und dann wird getanzt Und jetzt alle Hände hoch für den Weltuntergang